Ich habe jetzt richtig Lust auf ein Firmware-Update. Robby steht schon quer, ich habe dieses komische alte, uralt USB-Kabel, mein Laptop und einen entsprechenden Schraubenzieher, um diese Schraube zu öffnen, weil da müssen wir ran. Also, einmal aufmachen und da das USB-Kabel anschließen in den Laptop rein. Ich hätte vielleicht auch vorher mal booten können. Auf die Gardena-Seite und mit 1,2 MB pro Sekunde, ich habe eine 250 Mbit-Leitung. Ja, hier mit Fullspeed wird da geladen. Dann suchen wir uns mal unseren Robby aus und, ach, Klappe öffnen. Ja, gute Idee. Sollte man mal machen. Das Gerät ist einsatzbereit, no problemo. Und wir starten das Firmware-Update, beziehungsweise wir laden das Firmware-Update nochmal. Why not? Why not?